KUKA Robotik ist heute so einfach wie ein Smartphone. Mein Name ist Björn Mertens. Ich bin bei KUKA im Business Development für das KUKA Ecosystem Robotic Republic verantwortlich. In Kooperation mit Robotec aus der Schweiz präsentiere ich heute eine Klebeanwendung mit dem Fokus auf die Verpackungsindustrie. Bei der Entwicklung unseres neuen Cobots der LBA Easy Serie greifen wir 50 Jahre Technologiewissen in der Robotik und Cobotik zurück. So haben wir die Stärken unserer Kleinrobotik Serie und der LBA IWA Serie in unserem neuen System vereint. Das macht ihn nahezu so schnell wie ein Industrieroboter. Durch die integrierte Gelenkmomentensensorik lassen sich unsere neuen Cobots besonders einfach anführen, wodurch sich Positionen schnell anpassen lassen und einfügen lassen. Unser neues intuitives Betriebssystem iKUKA OS mit der grafischen Benutzeroberfläche ist für Einsteiger leicht zu verstehen und für Experten effizient zu bedienen. Das System ermöglicht eine punktgenaue Wiederholbarkeit des Klebstoffauftrags. Die integrierte Mengenkontrolle im Klebstoffsystem garantiert eine kontrollierte Auftragsmenge. Somit lassen sich Handarbeitsplätze effizient automatisieren. Dank der Kombination des Klebstoff- und des Robotersystems, der intuitiven Bedienbarkeit und der Integration beider Systeme, lassen sich neue Aufträge einfach umsetzen und bestehende Aufträge schnell anpassen. Mit der Partnerschaft mit Robotec im KUKA-Ekosystem bieten wir zusammen eine perfekt aufeinander abgestimmte Lösung für Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017